Wenn wir keine Ausnahme haben, können wir ihn nicht mehr blocken. Das ist wegen diesem Mod, High Level Content Mod. Beim High Level waren viele Gegner einfach viel zu stark für mich. Dann habe ich den Mod überhaupt gewählt. Hier griffen mich Talmor an. Damals waren diese mit den Robben beim Talos Schrein. Das sind Hochelfen beim Dienste vom Kaiserreich. Von denen werdet ihr noch viel hören. Und ja, sind böse, bitterböse. Richtig gehend. Zerstörerisch. Sind magier und ja, wahrscheinlich aktiver oder so. Außer Sinnen. Sehen alle gleich aus. Haben die gleichen schwarzen Robben. Gut zu erkennen. Auf Niedermetzeln. Nein, nein, Schatz. Ähm. Einfach nicht von denen betrügen lassen. Oder sogar auf... auf denen seine Seiten ziehen lassen. Vor allem nicht als Nord. Wir sind für die Sturm-Mäntel. Und nicht für die Kaiser-Fuzzis. Und nicht für die Kaiser-Fuzzis. Wir sind Herkules. Olaf. Olaf der Starke. Mit der Riesen-Axt. Die wir nicht besitzen. Äh. Pff. Pff. Hier ist irgendwo eine Höhle. Je sichtbar das Symbol auf dem Kompass oben ist, desto näher ist die Höhle zum Beispiel jetzt. Ah, hier. Was ist das? Magier sind kein Problem. Und wenn sie noch Orks sind. Oh, magier. Shit. Ein Ork-Magier. Genau der... Die dümmste von den Rassen. Ist ein Magier. Zieber. Schon müde. Sollen wir schlafen gehen? Hm? Was für 10? 10 und 52. Ok. Ja, ist langsam Zeit zu schlafen. Freien Krieger wie er. Ja. Die müssen früh entdecken. Aber was ist das? Ja. So, ich sage jetzt mal... Äh. Wir gehen zurück nach... ...Kloswald. Ähm. Gehen danach nach Weislauf, gehen danach hier durch nach Iverstedt, hier unten nach Rifthorn Und ja, mehr dann, also Schon Stufe 7 fast Uh, sieht das genial aus Schöner Lichteffekt Und der Himmel Nordlichter Genial Hä, findest du so genial Ja, du mit den blauen Augen Hä Das sieht genial aus Shit Das dachte ich wäre in der Realität Ich liebe solche realistischen Spiele Ich liebe es einfach Ich liebe es einfach Ich liebe es einfach Das ist so genial Ich liebe Nordlichter Nichts Das sieht so schön aus Was ist das? Ja... Solche Samurai haben wir gar nicht. Aber er ist zu schwach für unsere Rüstung. Was ist das? 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 Fährt zum Labeln. Was ist das? Was ist das? Unser Skimmie da ist verbessert. Und so... Wir brauchen mehr Stahl. So, mal den Balken auswischen. Ehm, Fünf, fragt man ein bisschen. Weißt du offen? Ja, scheiße, nicht? Nein. Kessel. Bis zum nächsten Mal. Mara segne euch für eure Bereitschaft uns zu helfen. Hm. Keine Ahnung, für mich immer das ist. Bis zum nächsten Mal. 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 tsch